Jess lebt in Artemis, einem exklusiven Urlaubsparadies auf dem Mond. Im Gegensatz zu den vielen reichen Bewohnern und Touristen ist Jess immer knapp bei Kasse. Es ist teuer, hierher zu kommen. Und unglaublich teuer, hier zu leben. Aber eine Stadt kann nicht allein aus reichen Touristen und exzentrischen Milliardären bestehen. Sie braucht auch Angehörige der Arbeiterklasse. Von J. Stinkreich Raffzahn, dem Dritten, erwartet man schließlich nicht, dass er seine Toilette selbst putzt, oder? Einer dieser kleinen Leute bin ich. Meine Bleibe ist in Conrad Minus 15, einer schäbigen Gegend, die ein Weinkenner als beschissen mit einer Note von Versagen und falschen Entscheidungen im Abgang beschreiben würde. Um sich über Wasser zu halten, schmuggelt Jess Zigaretten und andere Luxusgüter und verkauft diese an reiche Kunden. Zum Beispiel an den norwegischen Milliardär Trond Landvik. Überraschenderweise macht er ihr eines Tages ein lukratives Angebot. Ich will dich anheuern und dir eine Menge dafür bezahlen. Jetzt merkte ich auf. Also gut, was willst du hereinschmuggeln? Etwas Großes? Er beugte sich vor. Es geht nicht um Schmuggelware. Es handelt sich um eine ganz andere Aufgabe. Jess soll eine Aluminiumfirma sabotieren, weil Landvik die möglichst preiswert übernehmen will. Sie stimmt zu. Doch die Sache geht total schief. Jess muss untertauchen und dann wird ihr Auftraggeber auch noch ermordet. Der einflussreiche Geschäftsmann Trond Landvik und seine Leibwächterin Irina Wettroff wurden heute in Landwigs Wohnsitz in der Shepardblase tot aufgefunden. In der ganzen Geschichte von Artemis gab es bisher nur fünf Morde und dies ist der erste Doppelmord in der Mondstadt. Jess ahnt, dass sie in eine tödliche Verschwörung geraten ist und bekommt das bald von einem Kopf bestätigt, der ihr schon länger auf den Fersen ist. Ich weiß, dass du die Morde nicht begangen hast, erklärte er. Ich will dir das Leben retten, Jess. Hast du überhaupt eine Ahnung, wen du mit dieser Sabotage verärgert hast? Weißt du, wem Sanchez Aluminium gehört? Ich zuckte mit den Achseln. Irgendwelchen Brasilianern. Die Fabrik gehört O Palacio, Brasiliens größtem und mächtigstem Verbrechersyndikat. Innerlich gefror ich zu Eis. Verdammt, verdammt, verdammt!